Das ist so geil hier und so schön. Hallo Freunde, viele Grüße aus dem schönen Wien-Gebirge bei Osnabrück. Wir waren mal wieder auf Pilzjagd. Steinpilze waren das Ziel, es ist aber ein Hallimarschtag geworden. Auch schön, hier eine wunderschöne Atmosphäre in diesem zauberhaften Wald. Schaut es euch an. Wir haben eine surreale Umgebung hier zwischen den Fahnen für uns Städter auf jeden Fall. Ja, hier ist ein Teil unserer Ausbeute und das muss natürlich auch alles erst einmal sauber gepinselt werden. Auch das macht irgendwie Spaß. Naja, das schmeckt es dann ja auch. Vor allem mit frischen Kräutern aus seinem eigenen Garten. Ja, Fun Fact. So wie sie das zwischen zwei italienischen Küchen gehört waren, Manfad und ich uns sehr uneinsbezüglich der Zubereitungsart und Weise, so dass jeder seine eigene Pfanne bekommen hat. Ja, und wer hätte es geahnt, es schmeckte hinterher wirklich gleich und auch gleich gut. Naja, dann haben wir ja also alles irgendwie richtig gemacht. Das war unglaublich witzig. Dazu gab es dann diese lustigen Zucchini-Spaghetti. Ja, Freunde, dann geht mal öfters in den Wald, genießt die Natur und genießt dieses Rezept bald bei uns in der Trattoria. Bis dann. Peace.